Das spricht für Köln, aber irgendwann wird, glaube ich, diese Motivationsfassade so ein bisschen abbauen, so ein bisschen bröckeln. Und dann Moinzen zum Vorbericht zum Spiel gegen den 1. FC Köln. Hinrundenabschluss und auch Spieltagsabschluss am Sonntag. Ich ziehe nach Köln. Ich habe mies Bock, weil ich auch vor Ort sein werde. Ich habe mir ein schönes Auswärtssicket rausgelassen. Wenn man schon nicht ein Stück hat darf, dann fahren wir halt nach Köln. Auch das erste Mal für mich in Köln. Ich habe sehr, sehr Bock da drauf. Ja, ist mit so das Geheimnis der Team der Saison. So mit Mainz vielleicht noch so ein bisschen. Und das eben gegeben durch Steffen Baumgart. Köln spielt wieder Fußball. Lässt sich von ihm ordentlich pushen, ordentlich motivieren. Ich glaube, das ist so der Hauptpunkt, über den es läuft in Köln. Trotzdem nicht weit weg von uns. Es ist ein Spiel, in dem was möglich ist und möglich sein muss. Vielleicht wird auch Köln gerade so ein bisschen zu hoch gepusht. Weil eigentlich ist es ja dieses Team vor letztem Jahr, Relegationsplatz. Ja, keine Ahnung, schwierig. Auch zuletzt ein Auf und Ab hatten sie drei Spiele. Unschied gegen Bielefeld, Nierla gegen Augsburg und jetzt Sieg gegen Wolfsburg unter der Woche. Modest, klar. Auch in Wolfsburg getroffen zum 3-2. Kurz vor Schluss der Starspieler gerade bei Köln. In Wolfsburg haben sie gewonnen in einem 4-1-3-2. Also es könnte echt ein geiles Spiel werden, weil es sind beide Teams dabei, die kicken wollen, die Vollgas geben können und eben auch dem Gegner ein paar Defensivangebote machen. Und was ich eben gesagt habe, das bestellt sich auch in der Tabelle. Köln ist, wenn wir dort gewinnen, nur zwei Punkte vor uns. Dann wären wir bei 20 Punkten, wenn wir in Köln gewinnen. Nochmal zur Erinnerung, letzte Saison hatten wir 22 Punkte. Und da waren wir der Shit der Hinrunde. So, da waren wir das Köln-gefühlte letzten Saison. Aufsteiger und gehen voll ab. Und wenn man sich dann diese Hinrunde von uns dieses Jahr anguckt, mit den Verletzten, mit all den Hürden, die wir hatten, dann ist da wirklich alles mehr als nur im Lot. Ob wir jetzt mit 17 rausgehen oder mit 20, natürlich wären wir mit 20 schöner. Aktuell Köln bei 22 Punkten. Wir haben 17. Köln 10. Wir 15. Und die Liga ist einfach unfassbar eng beisammen. Weil Augsburg ist punktgleich mit uns. Die sind auf Platz 16. Und da kommen dann in der Ecke sechs Teams, die nur von drei Punkten getrennt sind. Das kann sich jeden Spiel da gerade wenden. Köln extrem heimstark. Siebter Platz dort. Aber erste Heimplatte gegen Augsburg gesammelt. Jetzt erst vor kurzem. In der Rückrunde starten die Kölner in Berlin. Danach zu Hause gegen die Bayern. Wir starten, was sehr, sehr wichtig wird, auswärts in Fürth. Und dann geht es zu Hause gegen Leipzig. Hier haben wir auch ein sehr traditionsreiches Duell am Start. Es wird das 101. Duell, wenn ich es richtig gesehen habe. Also insgesamt in allen Wettbewerben. Aus 100 Spielen bisher 35 Siege, 25 Unentschieden und 14 Niederlagen gegen Köln. Also Köln besser. Auswärts in Köln wird das 50. Spiel. Davon 10 gewonnen. 14 Unentschieden und 25 Niederlagen. Es sieht gar nicht so geil aus. Aber wir haben da gerade eine starke Serie im Laufen. Wahrscheinlich mit die beste unserer Auswärtsserie, sagen wir es mal so, gegen Klubs eben. Letztes Mal haben wir im Jahr 2000 gegen Köln verloren. Also die Serie ist da ganz, ganz anders. Die Serie zu Hause ist ganz anders. Haben auch wieder einen Pokal gemerkt. Haben auch wieder verloren. Da haben wir Köln fast als Angstsiegner zu Hause. Auswärts sieht es andersrum aus. Also eine Serie, die ich sehr, sehr gerne halten darf. Auch die letzten drei Auswärtsspielen in Köln allesamt gewonnen. Das Team-Update der Pressekonferenz von heute Morgen oder von vorhin quasi bringt drei Spieler rein. Also Sosa, großes Fragezeichen hinter seinem Einsatz. Fraglich auch Massimo und Nathai, Ex-Kölner. Oder ja, ein bisschen her, aber da haben wir damals was Köln geholt. Ist eine Option für das Spiel. Damit wird sich nicht groß viel tun. Nur rein formationsmäßig gehe ich fest davon aus, dass wir nicht mehr wieder in so einer Viererkette spielen gegen Bayern. Sondern eben ganz normal zurückkehren zur Dreierkette. Deswegen auch da mehr oder minder alles gleich. Die große Frage ist nur, wer rechts spielt. Massimo natürlich drin in den drei Möglichkeiten. Dazu kommen noch Silas und Führig. Aber so wie es klingt, mit fraglicher Einsatz, dann gehe ich eher davon aus, dass Massimo von der Bank kommen würde. Man kann auch einen Silas bringen von Bayern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er den noch nicht von Bayern reinwerfen will. Ich glaube, das bleibt eher auch beim Einwechselspieler quasi. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich setze da halt einfach mal einen Führig hin. So, der war jetzt auch immer wieder seine Einsätze bekommen nach Einwechslung eben. Nur nicht Startelf. Aber ich bringe ihn. Ist ja auch ein Ex-Spieler, dann von Baumgart. Den hat er damals noch in Paderborn trainiert. Zum Bayern-Spiel hier noch kurz die Stimme von Matarazzo zum Spiel. Wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt. Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Man hat gesehen, dass wir mutig waren. Auch in der zweiten Hälfte haben wir einen guten Start erwischt. Nach dem 0-2 haben wir dann ein bisschen den Faden verloren und zu viele einfache Fehler gemacht, die die Bayern eiskalt bestraft haben. So geht ein solches Spiel 0-5 aus. Dennoch können wir einiges Positives mitnehmen. Wir haben zunächst defensiv taktisch diszipliniert gespielt und haben eine gute Balance zwischen dem Kurzpassspiel und tiefen Bällen gefunden. Auch Missland sagt danach, können auch internationale Top-Teams ein Lied davon singen. Also ich nehme die hier mit rein, weil ich damit gar nicht mehr groß viel mehr zum Spiel zu sagen habe. Ich finde, es passt alles ganz gut. Kein Grund, irgendwas zu überdramatisieren nach dem 0-5 jetzt. Man war sehr, sehr ordentlich dabei, bis eben zu diesem Totalausfall, diese fünf Minuten zwischen 0-2 und 0-5 dann. Das passiert ja aber auch, muss man auch sagen, nur gegen die Bayern. So, das wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht nochmal passieren in der Saison. Und da muss jetzt Geld ins Phrasenschwein geschmissen werden, aber lieber einmal 0-5 als fünfmal 0-1. Und auch zum Köln spielen wir kurz die Aussage von Matarazzo von der PK mit rein. Köln hat eine klare Spielidee und tritt sehr mutig mit einer hohen Intensität auf. Sie haben den Vorwärtsgang eingelegt, Köln steht in der Tabelle zurecht dort, wo sie aktuell stehen. Wir freuen uns auf die Aufgabe am Sonntag. Also ich würde auch sagen, schwieriger Partie, ist ein harter Gegner. Ich glaube, gegen den will man gerade nicht unbedingt gerne spielen als Bundesliga-Klub, aber nicht unmöglich so. Ich glaube, Baumgart hat wirklich diesen Kader so krank motiviert, dass sie jetzt wirklich glauben und eben auch zeigen, dass sie Fußball spielen können. Aber auch die bieten dir was an. Gerade defensiv, wir sind beide recht anfällig defensiv, haben viele Gegentore kassiert. Dazu kommt auch, das scheint noch nicht der Fall zu sein. Man sieht, Wolfsburg spielt auch noch mit 3-2 gewonnen gegen Ende. Das spricht für Köln. Aber irgendwann wird, glaube ich, diese Motivationsfassade so ein bisschen abbauen, so ein bisschen bröckeln. Weil, wie gesagt, das ist eigentlich der Kader, mit dem sie letztes Jahr Relegationen gespielt haben und sich gerade so drin gehalten haben. Mal gucken, ob da irgendwas kommt, ob die das über 34 Spieltage so durchziehen können und quasi nichts mit einem Abstiegskampf zu tun haben. Bin ich mal gespannt drauf. Statistik muss weitergeführt werden, auswärts. Gerade, wenn ich vor Ort bin, ich habe unfassbar Bock da drauf. Auch wenn es nur 15.000 sind, natürlich hätte ich noch mehr Bock drauf gehabt mit richtig fetten Auswärtsblock, richtig fetten Coinsupport. Nun sind es halt nur 15.000 und irgendwie 750 VfB-Auswärtsfans so grob. Trotzdem, wird geil, ich habe Bock und ich erwarte mir da auch Punkte. Gleich drei Stück, 2 zu 3, Auswärtssieg in Köln. Ihr habt wieder das Voting, abstimmen gehen, Sieg und Schienelage, wisst Bescheid. Und natürlich jegliche Meinung ab in die Kommentare. Also dann, ab nach Köln, Abfahrt. Stadienvlog kommt sehr, sehr wahrscheinlich natürlich. Aber eben, mit der Rückfahrt in allem, erst in der Nacht quasi von Sonntag auf Montag. Die meisten werden sie sich erst am Montag früh reinziehen. Hier noch der gesamte Spieltag getippt, wie immer. Auch so in unserer Kicktipp-Runde drin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.